Prozent ich habe einen Liebes-Stream rausgemacht ja ein Liebes-Stream ja das hatte ich auch gerade eben aber da hatte ich 113 einfach ja schon lang ja ja weil er auch voll gut Fortnite spielen kann ja wir versuchen heute auf jeden Fall mal zu socken ja 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 das ist voll die harte Beleidigung ja 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 er hatte er hatte mit guckensung er hat ein Video mit echt jetzt nein jetzt ehrlich ich habe keine Waffen was soll ich machen Digga der fliegt hier auch wieder mal auf die Karte Digga was soll ich denn machen Yo er riftet mit mir ich bin auch schon wieder da ich brauche Waffen Digga ey was ist das denn jetzt schon wieder auch Dommee ich komm da mal wieder achso er ist bei dir kann ich mich schon wieder aufregen ich weiß nicht was Karma ist Hähähähähäh Headshot Hähähähähähähähähä du hältst nie das mag ich nicht entschuldigst du dich gut dann hol ich dich natürlich auch hoch man denn ist denn die achte scheiße hoch der dennis hat einfach geschrieben ich möchte eine richtig geile haben in was denn dennis was ich hab grad nicht mehr mein leben gecheckt warte mal wer guckt denn wieder alles gayiges zu melone mark pizza hab dich abonniert xd ok leon dankeschön danke das hast du dann auch mal da hast du auch mal wieder was richtig gut ist geschafft hey du schlachtel mach mal bereit hier in duosch hey du schlachtel mach mal bereit hier in duosch das hört sich voll gay an hab dich abonniert xd die Lohrküter Niklas ich dachte die Spiegel zumal du uns ich dachte die Spiegel zumal du uns ein von wegen du hast mich abonniert ich kann das sehen ich habe schon so lange nicht mehr geschrieben das ist so Arschloch mäßig aber gar nicht tippt 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 meine was streams sind jetzt nur noch so aktiv mbb kappa ja denn es der erwartete denn es machen er magst du schütze da ja also das hoffe ich war nicht hinter markt dummer alter die jünger ist als er an k erstmals geistet war wegflexen das geht schnell ja hab ich denn ich hätte genau von meiner fresse scheiße der fußballskinn wieso greif ich ihn an jetzt vermisse ich dich halt diese Mistgeburt ne ich hole mir seine Mami heute noch und die 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 händler erst mal vier Sturmdreher mitnehmen alles gut wieso lacht Ernie da schon wieder im Hintergrund die Lache kann ich nicht ab also ja okay du brauchst wieder Hilfe du chillst wieder da unten pass auf wenn ich komme bist du wieder tot dann gebe ich ihnen nämlich ein no scope headshot wie gerade eben und dann ja 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 welche was also wieso liefst du Noch nicht beide. Noch einer nur. Junge! Mein Aim! Ich hätte ihn gerade so miese wegflexen können. Ja, mach das mal leiser. Ich bin das nicht. Nein. Oh Mann, mach die Scheiße doch einfach mal leiser. Schau mich an.